Das ist schon echt erstaunlich. Kurz vor Ende der Wahlperiode kommt die CSU auf einmal mit einem Ratgesetz. Ich habe mir gedacht, ich liese nicht richtig, wie ich das gesehen habe. Nach 2021, vor eineinhalb Jahren, haben wir da einen Ratgesetzentwurf eingebracht. Und das war die Antwort, also über Inhalte kann man immer streiten, aber die Pauschalantwort war ja von der CSU, Bayern braucht das nicht, es braucht überhaupt kein Ratgesetz, weil das läuft ja schon so gut. Bayern, Radl-Land und Umftadau wie allerweil. Dieses Manöver, jetzt seit dem laufenden Volksbegehren quasi den Stock in die Felge zu stecken und die Zivilgesellschaft 100.000 Stimmen beiseite zu schieben, Richtung Verfassungsgerichtshof abzutun, so einen Gesetzentwurf hoppladehop vor den Latz zu knallen, das ist mal wieder mustergültig die Arroganz der CSU und die Arroganz dieser Söder-Regierung, die hier die Bevölkerung ausbremsen will. Ihr habt ja noch nicht einmal die Verbände beteiligt, ich meine, das ist doch das Minimum. Ihr habt ja ein paar Jahre Regierungserfahrung, ein paar Monate noch vor euch, das ist doch das Minimum, dass man Verbände erst einmal beteiligt und dann überlegt und anhört und zuhört, was brauchen wir denn da. Nicht einmal das habt ihr es gemacht. Erst jahrelang ein Ratgesetz bekämpfen und jetzt im Eilverfahren in Torschlusspanik angesichts vom Volksbegehren jetzt hier durchs Parlament zu peitschen, in einer vollkommenen Kehrtwendung, die die CSU hingelegt hat. Leute, ist euch denn das nicht peinlich? Drinsteht tut ja wirklich auch nicht viel. Ich meine, das ist ja jetzt schon in den Medien gewesen, pro Kommune gibt es da 91 Meter Radweg. Wenn man das hochrechnet, was hier mit den 1500 Kilometern, hört sich super an, hochrechnet, wenn wir dann fertig sind mit den bayerischen Staatsstraßen, dann hat der ADFC ausgerechnet, ich habe es jetzt nicht selber nachgerechnet, aber die haben Fachleute, das wird schon stimmen, sind wir 2160 einmal fertig, 2160, ein schickes E-Bike ist euer Gesetzentwurf nicht, es ist eher so ein Laufrad, so nur mit Stützrädern, das ist eher so das, was wir jetzt da auf dem Tisch haben. Ich freue mich auf den Austausch im Ausschuss, vielen Dank.